Und es ist schön durchgekalt. Irgendwie. Kann man eine neue Figur aus dem schnarchenden Bauch auf die Bar. Das ist schön. Da oben brauche ich 25, um da reinzukommen. Ich kenne das Groteschgeheimnis, das zu Chicks ein Schatz führt. Ich bringe 16 weitere Smilies, wenn du mit reinmattest. Okay. Bis später. Der Weg der Faust. Was hast du mehr, Jum? Jums glückliche Mahler der Lichter. Ich brauche die, solange wir es viel mehr sind. Krieg ich nachher aufmachen, ja? Ja. Normal. Nein. Ihr seid auch alle wegfloppt. Oh, hallo. Den nehme ich mit. Ja. Und den habe ich besser leer ist. Und hoch. Danke, mein Kollege. Dass du da warst. Danke, dass du da warst. Ich bin. Das war's für heute. Hauptsache es schafft so. Ich will da jetzt nicht runter, ich geh jetzt hier runter. Hallo. Drück mein Auge zu. Und ich bin gespannt jetzt hier, wie es hier und so geht und so und weiter und hallo. Oh, wie ist das? Oh, ja. Oh, ja. Ja, schon wieder. Okay. Okay. Aber jetzt ist es so nervös. Ah, ich gehe, ich gehe! Entschuldigung. Das war zu einfach. Yeah! Ja. Freut euch, dass ihr frei seid. Ich freue mich auch darüber, dass ihr frei seid. Und dann kann man die irgendwie ausmachen. Oh! Ich habe mich gar nicht gesehen. Oh! 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 Okay, das sieht komisch aus jetzt hier. Oh! 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 Ich bin jetzt zurück, weil ich offensichtlich was vermiss, ne? Ich geh weg. Seid ihr weg? Seid ihr wieder, seid ihr offenbar, noo. Okay. Liebe Offensichtlichkeit, ich hol dich noch mit. Oder auch nicht. So. Sonst ist es schwieriger. Konnichiwa durchströmt. Da da da. Okay. Mal gucken. Äh. Wieso krieg ich die Münze jetzt nicht wieder? Also sie sich mir egal sein? Ich denk schon. Oh. 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 nochmal, weil es so schön war. Nimm mich das Herzchen mit. Träte ihn von unten kaputt. Träte ihn kaputt. Ich hole den König da raus. Ich hole seinen Untertanen da raus. High Kick. Low Kick. Hoch Kick. Hoch Kick. Echt? Ich kann so kicken? Goal. Tschüss, ihr komischen Flieger. Klop, klop. Ich darf rein. Ach, guck. Ich habe zwar ... Ach so, das war der Tattoo. Ich habe den zweiten nicht gefunden, aber ... Ich mache ein schönes Verrückchen. Windisch zu 150 habe ich geschafft. Weiter mit der A-Taste. Zurück zu dicht in der Träume, und dann gehe ich ins Wasser. Vom Weg der Faust geht es zum ... ... der mit dem Strom schwimmt. Darauf ein Schluck Wasser. Frisch aus dem Wasser. Und der Hut will mir was sagen. Führe denn die Schmetter-Attacke auf. Er lässt das Schuheflächen aus. Und müde zu. Hätte ich das noch vorher gewusst. Egal. Und Spatty. Egal. Ah, ich glaube noch. Okay. Du wirst... ... egal. Achso, hier geht's dann. Okay. Okay, du gehst noch raus, wenn du dann bleibst du. Ich lege mal die Münze weg. Und gehe einfach rein. Ich hab da oben was vergessen. Ich weiß zwar nicht was, aber ich komme da noch hin. Oh, ich hab doch nichts vergessen. Okay, ich hab nichts vergessen. Ui, ja. Busch. 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 Okay... Wir fangen keine Augen mit zu machen. Okay... Und... Um... Wir lassen es sein, ja? Aha! Ein Versteck! Ein blödes Versteck! Ja, fahr runter! Okay, ich hab gedacht, da wär noch vielleicht was Lustiges... Ja, so! Und jetzt hab ich eben... Ja! Hallo! Mist! Mist! Wollen wir den Sprecher? Mist! Okay, wir sind noch frei. Ja, fast wir nie jetzt wieder gefangen werden. Ja, die dir nicht wieder auf. Ah, ich weiß nicht! Ah! 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 Ich dachte, da könnte man vielleicht irgendetwas raus holen, aber anscheinend nicht. Hey, lass mich durch, dankeschön. Gibt's da irgendwas Beschlüsse an uns, oder warum? Ich dachte, ich würde ihm auf den Kopf gesprungen, aber er hatte Stacheln. Hier geht's. Ich dachte, ich würde ihm auf den Kopf gesprungen. Okay, dann lasse ich ihn da oben noch schröpfen. Ich würde ihm auf den Kopf gesprungen. Ich würde ihm auf den Kopf gesprungen. Oh, das war eine Münze. Okay, die Münze habe ich verkackt, glaube ich. Ich würde ihm auf den Kopf gesprungen.